wieso bist du so hässlich geh weg ich hab dich mit meiner möhre geschlagen hallo sagen hallo alle da draußen und herzlich willkommen wieder zurück zu spiel jetzt gerade ich bin der hase von ellis wollte ich sagen ich wollte sagen zum hasen von ellis und zum flammen haar jetzt hat er mir die pointe versaut ich glaube wir müssten hier rein denkt dran auch wenn wir seckball spielen wir dürfen nicht mehr fluchen böses böses youtube affentheater waren wir da nicht schon an die kümmerung überhaupt noch niemals wenn ich eigentlich schon nein dann wäre das ja freigeschaltet müssen also wenn wir da schon drin gewesen sind ich habe ja letztes mal extra dieses tolle häschen was so ein bisschen irre aussieht wie das das häschen von vom hutmacher habe ich extra ausgewählt wo der sieht so ein bisschen aus wie ein affe spiel doch mit dem weihnachtsmann meine ich spiel mit dem affen der sieht nicht aus wie der affe sondern wie dieser affenkönig ja genau solle bau ist eine fortsetzung glaube ich kommen habe ich irgendwo gelesen vom was vom affenkönig ach so war ja nur eine staffel glaube ich hallo meine babyäffchen meine pelzigen kletterkugeln sie sind weggelaufen und verflixt fiese monsoon zieht auf deshalb sind sie die wipfel geklettert wir müssen sie einfangen bevor der große regen kommt finde meine kleinen affenkinder und steckt sie in die körper wo sie sicher sind ich wusste auf dich ist verlass nur du kannst meine äffchen retten mit der frisur bestimmt nicht hallo das ist eine 1 ab ich wollte dich gerade schlagen das ist eine 1 warte mal ist hier vorne noch irgendwas wo wir angefangen haben du gehst nämlich immer direkt rein und guckst gar nicht das ist das problem ich weiß gar nicht warte mal kurz damit weiche ich aus ich muss erst mal wieder was ich mache wir sehen uns später das kommt davon mal so gehässig gerade war du kannst es einfach nicht weil nur ich kann den wahren doppelsprung nein du musst dich einmal fressen lassen nein ich bin weg bist du und dann gehe ich kaputt so macht man das wieso kam ich denn da jetzt nicht rauf das kann doch eigentlich nicht sein und kann nein hallo die oder kannst du dir aufheben ja hier guck mal der hat angst rechts kannst du drauf springen ja aber ich wollte dich erstmal wiederholen rechts hallo jetzt hat er noch mehr angst ich denke du bist der affenkönig der affenkönig prügelt aber nicht seine untertanen kann ich dir nicht mitnehmen guck doch erst mal rechts ja aber ich dachte vielleicht kannst du ja auch später eine banane erst mal da vielleicht kannst du auch später eine banane finden oder so sollte ich mal erst mal platt ich konnte manchmal was hier hey meine punkte du hast mir versaut die sind gerade runter geflogen hier komm mal mit ihm ja habe ich dir gesagt aber wir mit kummer da oben heißt hier stehen alle oder mit vorne vorne rechts das war gerade ein schönes bild macht das noch mal hier ist das gemacht mit der linken unteren schultertaste wenn ich das jetzt oder machst du das jetzt er macht du mal du musst los lassen da kann man sogar machen warte nein ich wollte die euro halten das muss erst auf hallo ich gehe kaputt dankeschön die kannst du doch nehmen was willst du eigentlich wie kann man wieder mit y nee mit r2 also wir haben jetzt schon zwei wochen oder so nicht mehr gespielt wir wissen nicht mehr so genau wie die steuerung ist so zwei müssen da noch ein aber geht hier schrei nicht so hier ist was tolles hier warte mal wie kriege ich das indem wir nach links drüber nein indem ich dich nach links drüber werfe guck mal so so danke aber das ist nur für mich das ist nämlich neues kostüm wenn ich tanzen da oben war noch ja nein doch warte jetzt muss mich das ernehmen nein ich werde dich umbringen genau nachdem du das gemacht hast da 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 ist er wieder da nicht mit mir mein freund nein jetzt kann ich dich schon wieder ich stehe nicht die falsche taste da warte da hinten geht es doch weiter jetzt mach das ding hier mal ich kann so nicht so gut tüpfen da rein nein nein oder ob ich jetzt mich hören müssen da ist eine eichel wirft den erstmal runter wirft den erstmal runter nach unten ja ohne da rein zu sprechen ja ja das war jetzt so nicht geplant so ich habe keine ahnung wo die jetzt hingehört wo bin ich da jetzt reingesprungen hallo aber ich glaube nee moment durch die durch die tiere haben jetzt das grüne oder was immer eichel wo war das noch mal die müssen wir wahrscheinlich mit den nächsten abschnitt nehmen oder nicht kommen wir hier so hoch ja hier rechts hier rechts wo ist die nein nein du trottel ich gehe wieder aber warte mal ist die vielleicht wieder da oben ja ich hoffe die ist wieder oben gegen nein ist und ich habe schon gesehen dass da nicht ist du bist ein russer mal gucken jetzt auch nicht dies ganz weg du hast die weg gerollt 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 ist das doch nochmal gucken jeder war noch mal rein ist wirklich nicht da ist nicht mehr da du hast du bist so doof du hast alles kaputt gemacht deswegen opfere ich dich jetzt ne da war ja nix mehr sonst hätte ich das ja wuuhu kannst du mal das hier unten machen nein ich muss erstmal den typen kaputt machen na komm hallo nein ich will die diga ja dann bin ich kaputt danke nein doch nein du kommst nur zu mir hier sprich runter nee ich will ja unten das war ja deswegen warte ich da ja seit zwei minuten bevor du mich kaputt gemacht hast ich hab dich doch nicht kaputt gemacht nein gar nicht deswegen bin ich auch gar nicht mit nenn ich habe sie bekommen was nämlich auch an der hier ist noch was auf der anderen seite rechts müssen wir nicht da und du hast die pflanze verkauft das nicht nur noch mal sagen ich bin ja nicht nachfragen aber das siehst du es hat mich nicht gesehen du hättest das nicht gesehen ohne mich bist du völlig aufgeschmissen das hört sich nach den minions an ich liebe es oder von mir ist auch noch diese hamster diese die schaffst du nicht mehr ich gehe extra dahin damit ich ihn platt mache und du idiotisch mich habe ich alles gemacht ich kann träumen weiter alles alleine die kann gar nichts wer hat die pflanze gerade fallen verloren die eichel du du eindeutig nein da war doch noch ein geheim level links ist eine eichel die fährst du besser nicht mehr an hörst du mal auf mich zu schlagen immer das muss ich dem ausweichen jetzt ist die eichel weg würdest du mich verarschen du willst mir nicht sagen du hast noch mal die eichel darunter geworfen ja ich bin dem ausgewicht ach so dir wollte ich nichts tun es tut mir leid nein müssen wir die hier vorne der kann man nicht zusammenspielen was machst du denn dahin ich hab den gefangen und gerettet ach so da sind die affen aus dem wald ja die haben aber jetzt den affen geklaut nicht die banane hier ist aber noch einer hier unten und das ist für mich was ist das denn hier oh was war das was hab ich denn da jetzt geholt was hab ich denn da jetzt geholt was denn hier ist noch was da musst du noch reingehen aua ja mach schnell so es geht nicht auf oh du hast ja der hat applaudiert dafür hast du gesehen ja der fand das gut ey das sind meine bananen hier 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 da oben ist noch was nein hu helfer du nimm die du nimm die da rechts war noch was scheiße nein flugzeug doch was ist doch genommen oh nein wenn du nicht mal warten würdest dann könnten auch zusammen da drauf gehen hu wir gehen auch schon zusammen drauf beziehungsweise ich gehe immer alleine drauf ich weiß nicht warum weil du es nicht kannst nein aber ich habe so eine Panik gerade gehabt dass ich dann da reingesprungen also dir hinterher gesprungen bin nein oh da schießt er noch nicht das machen wir mal hast du gesehen wie der dich am ende angeguckt hat ja ja sie kann es nicht du trottel bist genauso doof so hat er geguckt warte 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 hier ist noch eine Pflanze da oben ne ich seh hier nix war mir klar hu aua der hat mich getroffen was machst du da hallo ich mach den eigentlich kaputt aber stattdessen hat er mich irgendwie kaputt gemacht da oben ist noch einer siehst du den da oben drauf oh ich spiel grad mit deinem Mann sag mir das doch was machst du denn sonst da hoch springen hey das war meine die hat mich geholt ja ich hatte Panik dass der runter fällt warte hier unten ist doch noch was gewesen warte mal was ist denn hier dann opening times ja hier unten ist doch noch was oder bist du da schon durch oder ne ne hier ist noch was oh das ist ja der gute gewesen ich tu den guten schon mal weg mit der hier nicht kaputt gemacht wird aber hier ist noch eine Eichel bitte pack die nicht an du kannst auch du kannst mich mal warte ich hole die Eichel mal jetzt komm mal bitte rüber ich muss die Eichel holen nein warte das muss man nehmen ich hau dich wenn du die Eichel in der Hand hast guck mal ich steh hier schon mit meinem Regenschirm wobei ich doch eben eine Karotte in der Hand hatte oder nicht was was jetzt ey nichts kriegt der Kerl auf die Reihen und nicht mal ne einfache Eichel da rein machen das war ja wohl fake jetzt ich will die Sachen nein das gehört nicht ihr geht weg du hast aua du hast nur gesagt ich soll nicht an die Eichel gehen du hast nicht gesagt dass ich also mal opening times on the Tuesday ey toll jetzt habe ich mit deinem gespielt deswegen wäre ich jetzt fast runtergerollt wir haben aber was vergessen ja aber wir sind doch schon hier nein das ist doch scheiße das ist doch einweh jetzt schon die Äffchen kommen auch nicht da ist Mama Affe oh danke vielen Dank ich habe noch nie einen Sohn geschickt du bist schlimmer als dieser Wechs als dieser Wechs ich bin schlimmer als dieser Wechs oh ja das bin ich das bin ich das bin ich das sind ich zieh gleich ich hole gleich meine Möbel raus ha 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 du bist aber so scheiße ja Ah, guck mal, ich bin doch wieder runter. La, 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 la. Die Gameplay-Renne ist ganz schön dumm. Das war ein Affentheater. Ich wäre jetzt fast aus Versehen auf erneut spielen gegangen. Ich war gerade schon überlegen. Und jetzt sind wieder die Eichelsäcke geöffnet. Du kannst mich mal. Aber wir haben dieses Ding, was hier... Ich kann mich wieder nicht bewegen. Guck mal, wir haben alle blaue immerhin bekommen. Warte mal, bei mir sind jetzt wieder die Aufkleber. Aber der schaltet das nicht frei hier hinten. Irgendwas fehlt uns. Ja, ich kann mich nicht bewegen, wie gesagt. Ja, weil du wieder so unbewegt bist. Dann kommen die Aufkleber, das habe ich dir auch gesagt. Du bist wieder so unbewegt. Warum ist das hier? Warte, warte, warte. Underlevel. Nein, diese Scheiße will ich nicht machen. Das ist doch dieser Bonus-Kack. Bist du bereit für diese neuen ritterlichen Prüfungen? Geh schon mal auf Toilette. Rein hopsen, gedreht und gewendet. Ja gut, das ist was Neues. Ich meine, warte mal. Das ist das Zweite. Lass uns wenigstens mal angucken. Lass uns doch wieder rausgehen. Du weißt, wie du die bekämpfen kannst, ne? Nö. Du darfst aber gerne vorlaufen. Rauch hüpfen. Aber ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mich in dem Fall mal nicht kaputt machst. Oh. Oh. Nein. Oh, komm. Nein, sag doch, dass die da hinten sind. Oh, ich bin runtergefallen. Ich bin tot. Mann. Was sollten wir? Ja, du kannst auf die drauf springen. Sprich auf die drauf. Ich muss aber erst mal warten, bis die bei mir sind. Geh rüber. Wohin? Geh zur Zeitding. Die Zeit läuft ab. Oha, das wird nix. 46 Sekunden. Ich muss da hoch. Komm schon. Da ist noch mal. Ja, die haben abgebogen. Oh. Wollt ihr mich verarschen? Ja, geh da rauf. Die Flitter. Boah. Nur braunste. Ich will mit dir nix mehr zu tun haben. Ey, wir hätten das viel schneller machen können. Wärst du nicht gestorben wie so ein Gehüt hier? Ich bin wegen dir gestorben, weil ich aufgepasst bin. Ja, ja, genau. Ja, du sagst, ich fahr runter. Nein, mach, du geh nicht vor. Die schnellste Zeit. Natürlich habe ich die schnellste Zeit. Ich bin ein Hase. Bin schneller als du. Ich habe dir fest die Daumen gedrückt und du hast es geschafft. Nee, ne? Was denn? Müssen wir noch weitermachen da? Ups, habe ich gar nicht auf Abbrechen geklickt. Du kannst mich mal. Geh da nicht mit. Ich, ach du Scheiße. Wir gehen, glaube ich, wirklich lieber nicht rein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Uh, ich bin schon wieder mit dir am Spielen. Das mache ich aber auch immer bei... Oh. Das mache ich... Hä? So weit komme ich? Ach so. Dieser tolle Doppelsprung, wo sie dann durch die Luft läuft. Na, oh. Na, ich häng fest. Ach, das bist du. Ich glaube nicht, das. Ich denke, warum spielt der so komisch? Ich rede auch noch die ganze Zeit davon, weißt du? Ich gehe mal irgendwo hin, gerade. Oh, ja, komm, komm, komm. Oh, drauf, drauf, drauf. Ach so. Ah! Uh. Moment, Moment. Oh, das ist... Das ist... Das ist doch Mist. Oh, nein! Was macht die denn? Warum kannst du da auch keinen Doppelsprung machen? Das ist so Scheiße, finde ich. Keine Ahnung. Das ist ein schwarzer Bildschirm. Alles ist dunkel. Wir werden alle vernichtet. Ich war kurz vorm Ende. Ich habe so im Gefühl. Ich war so kurz vorm Ende. Das Ende war, Anna. Geh jetzt mal weg. Ich will nicht mehr mit der... Ende war jetzt wirklich nah. Hey! Oh, Mann. Oh. Oh. Hast du jetzt da drauf geboxt? Hier, ich habe jetzt Glück gehabt. Ja, das habe ich gemerkt. Das ist richtig scheiße hier. Oh. Es tut mir leid, Leute, dass wir jetzt so leise sind, aber wir müssen uns gerade mega konzentrieren. Bis hier... Ne, ein bisschen höher war ich eben, oder? Was machst du? Warte ab, warte ab, warte ab. Wir müssen nochmal eine Ehrenrunde machen. Wo bist du? Achso. Nein. Nein. Oh. Äh, rechts ist... Also links und rechts ist halt. Egal. Sonst hätte ich jetzt gesagt, geht der eine dahin, der andere dahin, aber... Nein, 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 oh. Scheiße, scheiße. Weil es war gerade irgendwie war was knapp... Oh, der Daumen nach unten, wegen der Zeit. Wir haben es nicht geschafft, oder was? Nein. Das war doch alles. Doch, 1,30, oder? Ja. Och, nee. 1,40. Oh, ernsthaft jetzt. Nein, ich lächle nicht. Aber ich hab mir auf die Zucke gebissen, so wie das aussieht. Oh, nee. Ja, aber zumindest wissen wir jetzt mal, was es ist und wie es geht, ne? Ich mein, gut, die Zeit haben wir jetzt nicht gemacht, aber... Ja, 5 Sekunden fehlt noch. Wir haben diese Liga nicht genommen. Ja, aber ich sag mal, ist ja jetzt auch nicht so ein Zweck, dass wir das jetzt unbedingt in der besten Zeit durchdringen müssen, oder so. Sondern, dass wir zumindest mal gesehen haben, was halt da drin ist. Bevor du jetzt aber irgendwo da reinrennst... Oh, hier ist noch ein Partnerschafts... Oh, das können wir aber noch mitnehmen. Achso, das geht erst, wenn wir das hier oben gemacht haben. Ja, jetzt hab ich's auch verstanden. Ja, aber ich muss erst was machen. ...da reinrennst... Ich auch. Wollte ich mich gerade in Ruhe und ohne Gewalt verabschieden, aber der Epi haut mich die ganze Zeit wieder nur. Ich bin nicht der Epi, ich bin der böse Affenkönig. Ja, das stimmt. Der epische Affenkönig. Ich drück gleich auf Y. Boah. Ja, jetzt, Achtung, 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 Pause, Pause. Ich muss wohin eben. Ich versteck mich in der Blume. Der Epi muss wohin und wir verabschieden uns jetzt mal eben und machen den Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Ich bin hier fast irgendwie... Welchen der Episode-One-LPs lade ich Ihnen jetzt ein? Den schönsten. Dann mach ich mal den ersten. Das bin ich. Untertitelung des ZDF, 2020